Herzlich willkommen zur Ausgabe 29 von Movie Watch Dogs. Wir haben uns mal wieder Filme angesehen, unter anderem Jurassic World, der die Frage klärt, ob Chris Pratt auch über Star-Lord hinaus als Action-Held brillieren kann und ob es sich teemt, in Stücke schon vor T-Rexen wegzurennen. Und dann haben wir uns noch Terminator 5 oder auch Terminator Genesis angesehen, weder verwandt mit der Band noch mit dem Kapitel aus der Bibel, sondern leider eben ein komisches Kunstwort, was ähnlich wie der Film wenig erfreulich und wenig Sinn gibt. Das klingt fast traurig. Ja, ist es auch. Es ist auch ein bisschen traurig. Und zu guter Letzt It Follows, ein Film, ein kleiner Horrorfilm, der auf Festivals in den letzten Jahren wohl ziemlich abgeräumt hat und jetzt überraschenderweise und erfreulicherweise einen deutschen Kinostart hatte. Und der das Horror-Genre definitiv bereichert. Genau. All das zu sehen, jetzt dann auch auf Video, hoffentlich, wenn die Aufnahme geklappt hat. Und als Podcast einfach hier folgen auf Facebook. Und ja, viel Spaß dabei. Das war's. Bye-bye. Tschüss. Ciao. Ciao.